Ich habe mit meinen Freunden eine Nacht im Kaufland verbracht. Ja, wir haben vielleicht etwas übertrieben mit unserer Schlafstätte. Wir hatten eine riesige Burg gebaut, ein Lager von... Doch ausruhen konnten wir uns nicht lange, denn wir haben eine wichtige Sache vergessen. Was wir vergessen haben, ist, dass natürlich das ganze Licht im Laden ausgeht über die Nacht. Naja, macht nichts. Im Dunkeln haben wir dann erstmal eine Runde Verstecken gespielt. Was die Versteckten aber nicht wussten, ist, dass ich eine Geheimwaffe zum Suchen habe. Und zwar ein riesiges Hellmobil. Naja, die Verstecke macht das eh nicht so giga gut. Keanu hat ausschließlich die Taschenlampe angemacht. Nein, ist hier jemand drin? Nein, nein, nein. Leo hat sich in einer Twiefkultur versteckt. Zoe hat gewonnen, weil sie hinter einem Hay-Aufsteller stand. Das ist ja außerdem unser neuer Hay-Aufsteller. Lange waren die Hay-Kaugummis jetzt ausverkauft und deswegen haben wir uns extra Mühe gegeben, einen richtig coolen neuen Aufsteller zu machen. Denn die Hay-Kaugummis sind wieder da. Und das muss gefeiert werden. Eure Lieblingssorten Wassermelode, Tropical und Spermine sind ab jetzt wieder exklusiv und limitiert nur bei Kaufland erhältlich. Ihr wisst ja, letztes Mal gingen die sehr, sehr schnell weg. Also rennt die Kaufland, holt sie euch. Let's go. Vielen Dank für den krassen Support.